hallo freunde der virtuellen realität schönes eingeschaltet habt zum heutigen video mein name ist sebastian und ich habe euch wieder was mitgebracht von der firma am br und das sind die controller gibt es pro für die quest 3 und die quest 3s sollte auch passen und das besondere ist also ich zeige euch jetzt noch mal den vorgänger das ist auch von am br und hier haben wir halt eine eine schlaufe über klettverband die wir hier lösen können dann kann ich hier mit der hand reinschlüpfen und kann die dann hier fest ziehen und ich habe den zwar dann an der hand kann den aber nicht nachträglich noch ein fester machen oder lockerer machen ich muss dann immer hier diesen klettverschluss öffnen und wieder schließen und ja es funktioniert aber es ist nicht mega komfortabel und genau da kommen diese dinger hier ins spiel und zwar haben wir hier eine schlaufe wie bei den index kontrollern und einen druckknopf wo wir quasi einmal lösen können und an der schnur kann ich ziehen und kann das dann fester machen das zeige ich euch dann nachher auch und bevor wir jetzt zum unboxing gehen zeige ich euch mal kurz die homepage könnt ihr euch mal genauer im detail anschauen was das kostet wo ihr das kaufen könnt und so weiter und so fort also los geht's hier sind wir auf der am br seite und hier sehen wir das ganze kostet 32 dollar 12 es gibt aktuell einen zehn prozent rabatt auf neuheiten code ist new 10 und wenn ihr meinen link unten in der beschreibung benutzt mein affiliate link dann habt ihr auch noch mal fünf prozent und ja dann hat man insgesamt 15 prozent ich glaube das kann sich dann sehen lassen und ja jetzt schauen wir uns das ganze auch nochmal hier ein bisschen bisschen im detail an und dann wird halt gezeigt der normale controller ist halt nicht groß und somit hat man ein bisschen was mehr in der hand und soll halt dann angenehmer sein zum zum spielen gut für your hands genau und das ist der neue controller strap und ja ich habe die die montage und und unboxing schon vorher aufgenommen und ich muss sagen dass dieses hier sehr sehr angenehm ist also es fühlt sich fast an wie so ein luftpolster sehr 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 angenehm war ich und ich glaube das ist die beste verbesserung von diesem controller jetzt von dieser controller halterung und ich glaube das ist um einiges besser als der vorherige verbessern kann man halt immer was ne und hier wird halt angezeigt wie andere halt arbeiten und wie die jetzt hier gearbeitet haben also hier sind die sensor ringe die sind halt freigelassen bei vielen geht das gummi hier scheinbar drum ob es so wirklich ist kann ich jetzt nicht sagen und hier ist halt auch der sensor der frei ist hier ist ein loch und ja hier scheinbar nicht bei anderen wie gesagt das weiß ich nicht ich glaube nicht dass das alle so machen aber gut und hier sehen wir das originale genau hier hat man den auch einfach eingeschoben und hatte aber auch ein batteriefach das habe ich euch ja eben noch gezeigt und ja das ist halt das originale und das upgradet wie gesagt das originale war vollkommen in ordnung aber ich denke mal dass man dadurch jetzt wirklich noch mal um einiges komfortabler spielen kann als vorher ja hier ist die installation steps nichts nichts besonderes und ja jetzt könnt ihr euch das unboxing angucken die montage anschauen und dann werden wir natürlich auch ausgiebig mal testen mitspielen und dann wird es auch am ende des videos noch ein fazit geben also jetzt viel spaß beim unboxing hier sind wir am unboxing tisch und ich würde sagen wir packen einfach mal aus ich bin echt gespannt wie sich das ganze so macht und wie es im unterschied zwischen den anderen controller grips so ist und packen erstmal die controller grips hier aus schauen wir was sonst noch drin ist eine kleine anleitung haben wir hier bebildert und relativ einfach zu verstehen ist auf englisch gehalten aber trotzdem sollte es jetzt nicht zu schwierig sein durch die bilder also denke ich mal das sollte schon einfach zu handeln sein hier haben wir noch diese kleinen kleinen schlaufen dabei und das sind ersatzschlaufen weil in dem batteriefach werden diese schlaufen schon drin sein denke ich mal und falls es so eine mal kaputt gehen sollte kann man die austauschen denn die werden um die batterie gelegt und so kann ich dann wenn ich hier dran ziehe die batterie raus ziehen das zeige ich euch aber nachher wenn das ganze mal montiert wurde die legen wir mal raus und schauen uns jetzt mal die controller grips pro an und ich kann auch gleich noch mal die alten controller grips zeigen im vergleich aber gehen wir erstmal hier ins detail rein und ja hier sieht man ganz gut hier ist die schlaufe hier ist der druckknopf dann kann man hier hatte ich halt mal so kann man halt drücken und dann gleichzeitig halt das band raus ziehen und hier ist einfach zu ziehen fertig und was mir direkt auffällt diese diese handbügel der oben auf dem handrücken liegt die halterung selber die fühlt sich sehr sehr weich an und das war das problem bei dem alten das heißt problem aber wenn ich wirklich mal drei stunden gespielt habe hat mir die hand hier so ein bisschen weh getan und das fühlt sich echt sehr weich an fast so wie so ein luft polster hier so ganz fühlt sich gut an muss ich sagen und jetzt haben wir mal im vergleich den den originalen oder den ersten controller grip und hier sehen wir das ist einfach so ein ja der klettverschluss ist halt einfach so ein hart ja nicht hart aber so ein gummi und das fühlt sich halt härter an als das was wir jetzt hier bei den pro haben und ich denke schon dass das schon sehr angenehmer ist im vergleich zu dem hier nach längerer spieldauer ja hier haben wir jetzt den vorteil hier unten sind wir sehr flexibel was das angeht und hier oben das war vorher aber auch schon flexibel aber hier so auch so ein kleines gut an hier haben wir noch ein loch für die tracking led sage ich einfach mal und das vernünftig getrackt werden kann in der werbung steht immer ja andere anbieter haben das nicht weiß ich nicht bin ich mir nicht sicher ich denke mal dass das jeder anbieter mit sicherheit drin hat dass man das hier nicht verdeckt weil sonst gibt es tracking abbrüche und das wäre echt schlecht und ja also insgesamt macht das einen guten eindruck ich denke mal dass das zum alten hin schon ein großer schritt nach vorne ist nochmal was was komfort angeht und komfort ist ja beim vr immer sehr sehr wichtig und ich würde sagen jetzt gehen wir mal ans montieren oder so kommen wir zum montieren der controller ich habe es hier einfach mal angefangen ihr müsst einfach das batteriefach entfernen das geht ja ganz einfach indem ich hier auf den knopf drücke das weiß ja glaube ich jeder weil die batterie wird mit sicherheit fast jeder schon mal getauscht haben also hier drücken und dann kann ich das batteriefach rausnehmen dann ist hier die schlaufe drin die kann ich hier rausziehen und schon hat man den so quasi in der hand und so wird die jetzt auch eingelegt wenn wir jetzt hier schauen hoffe ich kann euch das zeigen genau hier ist so ein plastik inlay den konnte ich beim alten auch ausbauen bei dem geht es jetzt nicht das heißt ich muss den hier dann auch reinschieben der hat hier aus und einen haken ich versuche dir mal besser zu zeigen so und dieser haken muss dann auch hier einrasten in dieses in diese kleine öffnung hier und das versuchen jetzt einfach mal indem ich hier ja man muss ihn einfach also ganz wichtig ist erstmal die die klappe hier öffnen diese hier das das batteriefach und dann ist hier schon auch so diese diese schlaufe die ich euch eben gezeigt habe so die darf nicht drin sein die muss draußen sein wenn wir jetzt den controller reinschieben und das machen wir jetzt mal einfach hier rein geschoben so jetzt muss ich muss ich natürlich gucken dass der dann auch hier wie ich schon gesagt habe einrastet auch so so wirklich will er jetzt nicht ich versuche das nochmal so jetzt ist aber ein gerastet jetzt kann ich das ganze hier umklappen so und jetzt haben wir das folgendes im batteriefach so so liegt die immer drin quasi diese schlaufe und dann kann ich hingehen und jetzt eine batterie ein ein wechseln oder einbauen und hier sehen wir jetzt hier ist plus da ist minus und so lege ich das jetzt auch ein zack und jetzt kann ich diese schlaufe halt immer wieder benutzen um die batterie rauszuholen da ziehe ich jetzt dran und dann kommt die mir schon entgegen geht manchmal manchmal schlecht manchmal besser so muss es immer sein diese diese schlaufe muss halt drin liegen so jetzt lege ich das aber wieder ein lege die schlaufe hier irgendwie einmal um die batterie rum so das kann man hier so rumfummeln und dann kann ich das batteriefach zu machen und schon sind wir fertig einsatzbereit das gleiche halt bei dem anderen controller auch das brauche ich glaube ich jetzt nicht extra nochmal zu zeigen aber schaut mal hier super easy und fühlt sich auch gut an also das ist echt eine riesige riesige verbesserung mit diesen komfortablen ja handrücken schlaufe handrücken schlaufe oder wie ich das auch immer nennen möchte auf jeden fall ist das sehr komfortabel fühlt sich gut an ich glaube auch selbst nach längerer spieldauer wird das noch noch sich gut anfühlen ich komme auch wieder an alle tasten ran also kein problem auch von der ist ist jetzt ein bisschen länger weil es halt hier auch die die mechanik gibt um das ganze hier zu lösen und halt festzuziehen aber ansonsten ist der ist der fast identisch zu dem anderen ich kann euch das jetzt nochmal hier im gegensatz zeigen so ist halt ein anderes ein anderes system hier aber nichtsdestotrotz war ich damit auch sehr zufrieden aber wie bei allem es gibt immer verbesserungsmöglichkeiten und das haben die hier auch genutzt finde ich echt super und ja ich würde sagen ich werde jetzt mal unter die brille schlüpfen werde das ganze testen und danach sehen wir uns im fazit kommen wir zum fazit der verbesserten amvr controller grips für die quest 3 und ich habe jetzt zwei tage getestet längste session war glaube ich zwei stunden und ich muss sagen es ist super einfach genial also erstmal das ganze material fühlt sich top an hier diese hand rückenschlaufe ist einfach so umso viel mehr verbessert worden im gegensatz zu dem alten amvr teil und wenn ich jetzt vom originalen controller komme ohne alles ohne zubehör dann ist es natürlich ein riesiges komfort plus aber selbst wenn ich jetzt vom alten amvr controller grip komme ist das auch nochmal eine verbesserung ich habe bei dem alten halt das gefühl gehabt dass ich ja dass es nicht schmerzt aber dass irgendwann hier stören wurde das habe ich mit dem material überhaupt nicht dazu kommt ich kann jetzt viel viel besser wenn ich den einen schon in der hand habe den anderen auch anziehen und festziehen ansonsten musste ich vorher halt ja so gehe ich jetzt hier rein sie fest fertig und vorher musste ich dann hier noch mit dem anderen controller fummeln den klettverschluss festmachen und dann war das manchmal nicht fest genug und so weiter und so fort im allgemeinen muss ich sagen dass dieses system hier sowieso am besten gefällt weil so kann ich die controller nicht verlieren also egal wie fest ich jetzt hier nach vorne schlage ich hoffe mein monitor überlebt das ich verliere die teile nicht und das ist das gute daran und ich habe die immer fest in der hand und es ist einfach nur angenehm damit zu spielen das einzigste nachteil was ich jetzt hatte wenn ich spiele habe wo ich ein bisschen ja bisschen aggressiver schneller mit dem ding gehen muss dann kann das sein dass diese schlaufe hier die ihr hier seht dass die gegen die hand schlägt aber mich hat es jetzt nicht großartig gestört den einen mag es stören den anderen nicht es ist nur ein ganz kleiner abzug ein ganz kleiner kritikpunkt aber wie gesagt da muss man schon wirklich irgendwie andere sachen ich habe jetzt nicht den fall gehabt dass es mir dann weh getan hat oder sonst was man merkt halt da ab und zu mal ihr seht es ja selber wenn ich bewege bewegt die schlaufe sich ja auch das könnte man jetzt als kritikpunkt sehen ja ich habe den jetzt auch endlich bei amazon gelistet gesehen das war als ich angefangen habe mit dem video war es noch nicht gelistet aber sind ja auch ein paar tage vergangen und ja hier sehen wir den 29 79 bei amazon und es gibt aktuell noch einen 5 euro coupon den könnt ihr dann natürlich nutzen also ich werde den amazon link unten in die beschreibung packen und aber auch den amva link den originalen dann könnt ihr euch überlegen wo ihr jetzt bestellen wollt und ja ich muss sagen es ist eine definitive verbesserung zu allem also mir gefallen die mir persönlich gefallen die richtig richtig gut und ja es gibt einen kleinen kritikpunkt das mit der schlaufe aber mich hat es nicht gestört ich würde es fast fast gar nicht als kritikpunkt auffassen weil wie will man das anders machen vom vom system her von mir aus gibt es eine ganz klare kaufempfehlung aber ist natürlich auch meine persönliche empfindung gerne mal eure meinung dazu falls ihr die dinger schon haben solltet gerne in die kommentare rein wenn ihr noch fragen habt oder sonst was gerne in die kommentare ich antworte da relativ schnell und ja jetzt würde ich mich natürlich freuen wenn ihr mir einmal ein like aufs video gibt und dann natürlich einmal auf abo button drücken mein kanal weiterhin zu unterstützen würde ich mich mega freuen wenn ihr das machen würdet und natürlich auch wenn ihr interesse habt an den verbesserten controller grips dass ihr die über meinen link bestellt so unterstützt ihr meine arbeit und ja ist eine win-win situation sage ich einfach mal dankeschön für eure aufmerksamkeit ich wünsche euch jetzt noch einen schönen tag bis dann ciao